Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battlefield 3. Diesmal spiele ich hier nicht nur Shark Kanäle, sondern ich spiele heute mal Operation Metro. Und zwar in einem Modus, den ich noch nicht herausgefunden habe. Aus dem einfachen Grund, dass ich gerade nicht aufgepasst habe und mal wieder schnelle Spielspiele. Ich spiele den Sturmsoddard mit der M16A3 zumindest zum Anfang mal. Mal schauen, wie das Ganze läuft. So wie es aussieht, spielen wir irgendwie R-R-R-Bohrung. Och, ja. Ernsthaft? 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 Das gibt's doch gar nicht. Das würde ich mal sagen, war ein phänomenal Start für mich. Aber jetzt ist ein Angreifer. Auch gut zu wissen. Das heißt aber auch, wir haben dieses Ding gerade sehr stört. So muss das sein. Jetzt gehe ich hier mal zu... Wo laufen wir denn gerade alle hin? Ich glaube, es geht schon in den Tunnel, ne? So wie es aussieht, warten wir auf neue Befehle. Greif die Basis an. Bingo. Da ist doch gar keiner. Auf was warten die? Also die Map sieht halt schon verdammt geil aus hier. Mit diesen Lichtern. Da war noch einer hinten. Okay. Okay. Woher schießen die denn alle? Oh, den habe ich mir jetzt ein bisschen nach vorne gelegt. So weit wollte ich mich. Da musst du nicht runterlaufen, du Spacko. Da jumpt man runter. Blöd, das ging aber schnell, würde ich mal sagen, oder? Und noch ein Zehner-Bonus für den Rächer abgesahnt. Ja, also... So, wir müssen schon zur nächsten Basis. Das war jetzt aber geil. Ich kam jetzt so von hinten, ne? Und einfach mal alle erwischt. Hier ist dein Medikett, Mann. Ich habe mal wieder 100. Oh, aber ich habe keine Munition mehr. Äh. Ups. Ja, ich brauche Munition. Und wo liegt jetzt Munition? Hier liegt Munition. Oder? Nein, das ist ein Medipack. Fuck. Wo zum Kuckuck liegt hier Munition rum? Ja, ich muss auf meine Minipack gucken. Minimap, aber... Das gibt es ja gar nicht. Angreifer-Einsatz. Tja, mh. Also, ich merke es nicht, dass ich ein Noob bin und ein Anfänger bin. Keine Ahnung, wie es funktioniert, aber... Hey. Ja. Das nenne ich Munition. Sieht ja auch ein bisschen ähnlich aus, oder? So, jetzt sind wir wieder voll. Schon scheiße, wenn man nicht stirbt, ne? Bekommt man keine neue Munition. Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm! Nein. Ups. Aber... Also wenn mich jetzt hier keiner wiederbelebt, dann weiß ich es auch nicht. Ich liege nicht so weit im freien Feld. hallo wirklich nicht ich kann mir jetzt also die ecke aussuchen tut mich keiner überlegen die ladung wurde schon gesetzt das war ein easy kill einfach nur drauf halten die erste hilfe ist unter dir keiner da keiner da wo sind denn die alle die russen kommen ja ja ich lasse euch mal noch so ein medipack hier vielleicht könnt ihr das ja gebrauchen und dann renne ich hier mal ein bisschen total kopflos in der gegend rum vielleicht läuft mir ein über den weg und den kann ich dann mit meinen monster reflexen einfach total in die ecke bringen ach das müssen wir angreifen machen wir morgen oh boden das gebiet kann passieren ich bin zum ersten mal gestorben zum zweiten mal gestorben eine burner bilanz so gut war ich noch nie spawn barke nein doch wo steht denn die in die hier die 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 Yes! Yes, mein Team hat gewonnen. Das war eine wirklich gute Runde. Und 12 zu 2, 17 zu 2, das ist schon gut. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, das darf ich gleich noch eine Runde. Aber ich drücke mal kurz den Knopf. Bis denn.